In dieser Gegend soll es Vorräte geben, aber auch Uniformierte. Hey Leute, ich bin der Kazuya und herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us. Du bist bescheuert, sonst bist du gar nichts. Ja, und ich bin die Crew und ich bin auch wieder dabei. Aber das will der Werte Herr ja nicht mal mehr erwähnen. Das ist schon ein Inventar, ich gehöre schon zum Inventar hier. Richtig. Und wenn ihr erraten könnt, welchen YouTuber ich gerade imitiert habe oder versucht habe zu imitieren, mir schlecht als recht, schreibt es in die Kommentare, dann gibt es eine auflassbare Waschmaschine zu gewinnen. Auf geht's. Wie immer. Bei uns lohnt es sich halt noch wirklich hier rein zu gucken. Genau, es gibt alles zu gewinnen. Auflassbare Waschmaschinen, PS1-Spiele gibt es zu gewinnen. Haut rein und schaut zu. Wie habe ich es diesmal? Oh. Wie habe ich es diesmal eigentlich gemacht? Ey, ob das jetzt glaubst du oder nicht, aber ich habe gerade das Babylachen gehört. Ich bin total crazy, ey. Ja, Mann. Was ist denn los? Ich habe ihn. Nee, aber ich verstehe gerade nicht so ganz. Ich habe gerade das Babylachen aus PT gehört. Ich bin verrückt. Das Spiel hat mich krank gemacht. Ja. Nee, ich wollte hier eigentlich... Oh, jetzt bin ich gerade mal schön gefehlt. Über den Zaun gesprungen und ich habe deine Nummer nachgemacht, den sterbenden Schwan. Oh. Leute, es sind gerade zwei Leute aus dem gegnerischen Team raus. Das ist irgendwie scheiße. Technische Probleme oder Rage Quits? Fragezeichen. Ja, jedenfalls. Nee, wie fandest du es? Habe ich es gut gemacht? Habe ich es nicht so gut gemacht? Lob mich doch mal. Ja. Immer dieses Feedback oder hier Fishing for Compliments der Kaluja hier. Genau. Nee, hast du ganz fein gemacht, Kasuda. Köpfchen, Tätschel. Okay, Mann, nun geht's. Ja, dann geht doch. Köpfchen, Tätschel und Popöchen, Streichel und mehr, aber auch nicht. Gut. Und wenn wir Pech haben, ist die Runde gleich vorbei. Wenn der Nüste mich auch wieder abhaut, dann haben wir gewonnen. Dann wird das die kürzeste Runde des heutigen Tages und die kürzeste Runde aller Zeiten. Wir stellen heute Rekorde auf, was die Länge der Runden betrifft. Wir sind ganz stolz. Ja, interessant. Ich bin gerade hier an einem Ort, wo ich vorher noch nie war. Oh, ich bin in Kerzen. Oh. What the hell? Ich bin noch mehr. Naja, es war nur noch ein einziger übrig, ne? Ich dachte, zwei. Mir werden hier zwei angezeigt. Ja, der ist aber wieder raus. Ich denke mal, der ist raus und dann wieder reingekommen und jetzt ist er in der nächsten Runde mit dabei. Irgendwie so. Oh. Siehste? Mhm. Das lief ein bisschen... Oh mein Gott, was ist hier los? Das stinkt ja förmlich nach technischen Problemen. Das können noch unmöglich Rage-Kids sein, beziehungsweise vielleicht sind es Quids, weil jemand merkt, oh, ich bin in einem Team, wo nur zwei Leute sind, ich gehe wieder raus. Das würde ich mir vielleicht mal vorstellen. Ich weiß es nicht. So schnell auch. Keine Ahnung. Kann man nur drüber spekulieren. Schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Nee, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall unspaßig, macht keinen Spaß. Es lohnt sich ja fast gar nicht, diese ganze Folge hochzuladen. Vielleicht sollten wir daraus eine Doppelfolge machen. Trotz allem hat er mich gemollert, hofft. Also Hut ab. Ich war ein bisschen unfassüchtig, gebe ich zu. Ich dachte, der eine, der ist jetzt nicht so gefährlich, aber falsch gedacht. Ja, was hältst du davon, wenn wir daraus eine Doppelfolge machen, falls es jetzt wirklich gleich vorbei sein sollte? Du meinst in Kombination mit der anderen Rekordfolge? Mit der darauffolgenden Folge, würde ich sagen. Ja, wenn die länger ist. Dann ist sie halt länger, macht ja nichts. Nee, aber wir können den Leuten doch keine Folge bieten, die nur vier Minuten geht. Also das ist zwar für die, die die Aufmerksamkeitsspanne einer Fliege haben, aber... Ja, sag ich ja, dann hätten wir die vier Minuten Folge an die sechs Minuten Folge drangehängt, dann hatten wir zehn Minuten. Aber bevor wir das jetzt ausdiskutieren und die Leute hier weiter langweilen, zocken wir ein bisschen. Genau, wir haben ja noch was zu tun hier. Wir wollen ja noch zocken. Sollen wir uns mit Absicht töten lassen? Ihr habt ja mal organisatorische Meetings von Kazuya und Crew live mitbekommen, wie das so abläuft in unserem Entertainment-Management hier. Ganz genau. Ne, und Abschlag um zwölf, ne? Wie immer, ne? Auf dem Golfplatz, ne? Aber ich muss sagen, der eine macht uns ganz schön Probleme. Jupp. Das sehe ich genauso. Der ist gar nicht so übel. Da läuft er ab. Vielleicht sieht er das sogar als persönliche Motivation an, gegen vier Leute ganz alleine anzutreten. Ich habe ein paar Mal getroffen, aber... Das hat ihn wenig beeindruckt. Ich versuche mal, ihn einzukreisen. Also ich sprich, ich komme von der anderen Seite. Aber ich muss noch ein bisschen schneller laufen. Er hat wirklich einen Bogen, der Arsch. Er hat wirklich einen Bogen, verdammt. Jetzt fangt den Kerl halt mal an. Jetzt. Frage, ob der sich verbessert hat. Aber er hat jetzt gar nicht mehr ausprobiert. Genau. Weil er nicht wirklich die Scheiße war. Na gut. Gut, dann machen wir ihn Cut und dann geht's danach weiter. Jawohl. Tschüss. Gut, jetzt geht's.